Ich bin so gespannt, ich kenne das ja gar nicht. Achso, die Friesen, ja. Die Friesen, die... Das ist ewig lang nicht so weit von mir. Friesen passt. Friesen sitzt. Wie starten wir? Ähm, mit Heil. Heil. Heil, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mal mit Sascha. Wuhu! Was, willst du einen Applaus? Das Nein füge ich Nein. Ja, wach. Ja. Und zwar gibt es heute mal ein etwas anderes Video. Tada, tata, tata. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal ein Video mache, wo einfach ein paar Fragen beantwortet werden, beziehungsweise wo ihr mich, beziehungsweise auch dich, ihr besser kennenlernen könnt. Ich muss dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung von dem Format, weder von dem Format noch von den Fragen, um ehrlich zu sein. Ja, also es ist ziemlich selbsterklärend. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal los. Okay. Okay. Ich bin aufgeregt. Ich muss sagen, ich kenne jetzt die Fragen auch noch nicht. Ihr habt ja auf Instagram fleißig Fragen gestellt. Falls ihr das verpasst habt, folgt uns jetzt auf Insta, damit ihr bei den nächsten Umfragen mitbestimmen könnt, welche Videos wir als nächstes machen und ja. Aber jetzt starten wir. Jetzt schauen wir mal. Okay. Ich bin nicht verstanden. Also wir haben, ich habe noch nie und ich, wir haben, ich habe schon. Ich habe schon und ich habe noch nie. Ja, okay. Ich habe noch nie den Geburtstag eines guten Freundes oder der Familie vergessen. Definitiv. Also ich habe, das passiert mir ständig. Das passiert mir ständig. Ich bin froh, wenn ich deinen weiß. Okay, jetzt nicht für meinen Geburtstag. Okay, also ich glaube, ich habe das echt noch nie. Also mir ist das noch nie passiert. Das passiert Pauline nicht. Das passiert Pauline einfach nicht. Aber ihm passiert so etwas andauernd. Also man darf es ja auch nicht persönlich nehmen. Nein, auf keinen Fall persönlich nehmen. Ich meine, das ist ja nicht böse. Ich merke es mir halt nicht. Genau. Ja, das fängt ja schon gut an. Machen wir mal weiter. Sehr schön. Ich habe noch nie die Zahnbürste des jemals anderen benutzt. Ich habe schon. Was? Schon oft? Von mir? Schon oft. Ich habe es noch nie gemacht. Aber gut, was meines ist, ist ja auch dein. Freunde, wie ist das bei euch so? Habt ihr schon mal die Zahnbürste oder euren Partner oder von eurer Schwester oder Bruno? Also ich finde das schon eklig. Ja, ist ja nicht der Dauerzustand jetzt. Das ist ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Okay, na gut. Wenn es die Ausnahme ist, dann passt es. Ich habe noch nie gesagt, dass ich Kopfschmerzen oder ähnliches habe, nur weil ich gerade keine Lust auf den anderen hatte. Ähm, ja. Also Kopfschmerzen habe ich noch nie gesagt. Aber müde, wenn ich müde sage, dann bin ich halt müde. Also ich habe noch nie eigentlich dann. Hast du noch nie? Weil ich habe noch nie einfach gelogen und gesagt, ich bin schon müde, obwohl ich nicht müde bin. Ich habe schon. Was? Also mega oft. Sicher, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann wollen die nicht nach Hause irgendwann sagst du halt so, ja, jetzt bin ich extrem müde. Schatz, da geht es um was anderes. Und was? Und was? Schatz, das ist eine intime Frage. Achso. Achso. Eine intime Frage. Ja, habe ich eigentlich noch nie. Ja, jetzt hätte es mich auch gewundert. Ich habe noch nie gesagt, dass das Baby süß aussieht, obwohl es hässlich war. Ich habe noch nie. Habe ich schon. Echt? Hast du irgendwas schon mal gemacht? Ich bin so langweilig. Ich komme mir vor, wie der größte Idiot. Ja, wieso das? Ja, ich finde, alle Babys sind süß aus, aber ich habe wirklich live noch nie ein hässliches Baby gesehen. Habt ihr schon mal ein hässliches Baby gesehen? Ja, ich habe jetzt generell noch nicht so viele Babys gesehen, aber wenn man so Babys sieht, dann gibt es schon einige. Also, jeder, der ein Baby hat und bei dem Sascha zu Besuch war, kann es damit rechnen, dass wahrscheinlich das Baby hässlich war. Ich sage schon ganz ehrlich, ich finde Babys mega süß, aber es gibt definitiv Babys, die sind viel süßer aus als andere. Ja. Ist ja so. Ich habe noch nie meinen Freund gezwungen, oder meine Freundin gezwungen, meinen Bizeps anzugreifen. Ich habe schon. Also, Bizeps ist, also eigentlich, was mache ich immer? Den Bauch, der Sixpack. Ja, genau. Schatz, greif mal, ich schülle, mächtig hart geworden hier. Und die Oberschenkel. Und die Oberschenkel, ja, da habe ich auch abgebaut. Check das mal raus. Und du, ich habe schon, ja, stimmt, oder? Muss ich das manchmal machen? Im Bizeps? Ja. Am besten jetzt gleich. Und? Was? Ja, gut, hart. Was gut? Hart, groß. Was soll ich? Also, ich meine, hart, stark. Weiter geht's. Was haben wir noch? Ich habe noch nie den anderen angelogen. Ja, das habe ich hier schon so nicht. Na ja, doch. Was? Vielleicht. 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 Was? Wenn du mich gefragt hast. Ja, vielleicht einmal oder so. Ja, wie? Bei was? Wenn du mich gefragt hast, ob ich gepupst habe, habe ich an Nein gesagt. Und ich dachte immer, es sei ausgekommen und ich habe es nicht gecheckt und ich dachte, ich werde alt. Das löst so einige Rätsel. Das ist ein bisschen auch. Ja, ich habe schon jetzt, jetzt wo du sagst, zum Beispiel, wenn ich jetzt vor allem dir ein Geschenk mache. Also, was weiß ich, da muss ich immer lügen. Also, wenn du jetzt sagst, es ist Weihnachten oder hast du schon eine Idee, sage ich immer so, sage ich Nein, ich weiß nicht, was ich dir schenken soll. Ich habe absolut keinen Plan dieses Jahr. Schenken ist nicht so wichtig und so. Aber insgeheim, da habe ich schon wieder die besten Ideen. Also, das ist eine Notlüge dann eigentlich. Notlüge, ja. Ich habe noch nie eine 6 geschrieben. Also, bei uns gibt es ja keine 6, also eine 5. Ich frage jetzt, wie oft? Also, ich schon. Ich auch. Echt? Ja, ich glaube, einmal in Chemie eine 5. Und wir sind in die 5 nur so reingeflattert. Ich kann mich noch gut erinnern, Freunde. True Story. Ich bekam eine Mahnung, ja, weil ich so viele 5er hatte. Also, 5 ist bei uns eben die 6. War aber im Gymnasium, wohlgemerkt. Nicht in der Hauptschule. Und habe ich den Zettel, den ich eigentlich unterschreiben hätte lassen sollen, ja, irgendwie so nicht abgegeben und selbst unterschrieben. Verloren? Ja, eigentlich so selbst unterschrieben. Und dann ging meine Eltern zum Elternsprechtag, so voller Hoffnung. Ja, super, mein Sohn, der macht das. Kamen nach Hause und ich wusste genau, oh mein Gott, da gibt es jetzt Beef und kam es dann auch. Also, sie waren extrem verwundert, sie wussten nichts davon. In mehreren Fächern direkt, ja, nicht nachmachen. Also, bis jetzt, finde ich, stellt uns die Fragen in ein ziemlich schlechtes Licht. Ja, vor allem mich. Okay, ich habe noch nie so viel Sport gemacht, dass ich am nächsten Tag nicht mehr habe bewegen können vor Schmerzen. Sowieso, sowieso. Dauerzustand. Dauerzustand. Also, nicht mehr bewegen ist jetzt übertrieben. Ja, aber wenn es mal nicht so ist, dass ich mal einen Keimmuskelkörper habe, dann ab ins Training. Ich habe noch nie an eine Brustvergrößerung gedacht. Das reicht so. Ja, ich eigentlich auch. Also, gedacht vielleicht schon, aber ich will es nicht machen. Ja, recht hast du. Ja. Recht hast du. Ich habe noch nie eine Nachricht an die falsche Person geschickt. Das passiert, oder? Ja. Und war das wirklich peinlich bei dir, oder? Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich erinnern, eigentlich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Kann es nicht so schlimm gewesen sein? Nein, das war nicht schlimm. Ihr habt so viele Fragen gestellt. Die besten. Ich habe jetzt eine Frage für dich. Ich habe noch nie in der Schule gespickt. Ja, sicher. Vor allem, du bist doch der Schummelkönig gewesen. Ja, Freunde, wenn ich Tipps brauche, Tipps und Tricks. Also, ich überlege schon, ob ich einen Kanal eröffnet habe. Im dritten, wenn man am besten schummelt. Fünf Tipps, wie du sofort immer einen einschreibst. Schreibt mich an, Freunde. Ich gebe euch die besten Tipps. Ja, das ist die Wahrheit. Man muss ja auch viele Sachen bedenken. Den Blickwinkel, den der Lehrer sieht. Siehst du seine Augen nicht, sieht er auch deine Augen nicht. Da gibt es immer so viele Tricks, die muss man schon auch mal so wissen, um locker durchs Leben gehen zu können. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit gepupst. Sicher. Heimlich. So ein Schulterblick, so wie jemand hinter einem ist, so ein kurzer. Wer hat das noch nicht? Kann mir keiner erzählen. Ich habe noch nie eine Eins in Mathe geschrieben. Da habe ich definitiv, ist halt schon lange her. Ich habe noch nie geklaut. Ich habe noch nie. Du? Ehrlich sein? Hast du schon mal geklaut? Ja, habe ich schon mal. Das kann ich nicht so öffentlich eine Straf dazugeben. Die ist sicher schon verjährt. Ja, die ist sicher schon verjährt. Willst du erzählen, was möchtest du deine Probleme loswerden? Und ein schlechtes Gewissen von der Seele reden? Ja, das ist vielleicht nicht der perfekte Moment hier vor der Kamera. Ich habe noch nie mehr als zwei Wochen nicht trainiert. Zwei Wochen. Oh je. Schuldig. Naja, das ist eine Zwickmühle bei mir, weil ich glaube, es war schon mal zwei Wochen da, wo ich ins Medialen rücken musste, beziehungsweise wo ich mich mal verletzt habe. Aber sonst freiwillig? Freiwillig? Noch nie. Nie. Keine zwei Wochen. Also höchstens so fünf Tage so. Ich habe noch nie gesagt, dass die Verbindung schlecht sei und dann aufgelegt, damit ich nicht mit der Person telefonieren muss. Habe ich schon gemacht? Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach aufgelegt. Also ich habe es wirklich einmal schon gemacht, wo ich einfach nur so gesagt habe, was? Was? Ich verstehe nicht. Dann habe ich weggedrückt. Genau. Ja. Ist auch eine Möglichkeit, aber nicht die nette. Ja, einfach auflegen. Viel besser. Ist nicht netter, aber einfacher. Schneller. Schneller und einfacher. Ich habe noch nie ein herzhaftes Lachen vorgetäuscht. Ja, habe ich schon mal. Doch, doch. Also ein herzhaftes, glaube ich, ist wirklich schwierig zu schaffen. Mach mal. Okay, jetzt haben wir schon echt viele Fragen. Ich würde sagen, eine geht noch, oder? Eine geht noch. Die letzte. Hau raus. Okay. Ich habe noch nie besoffen Fitness gemacht. Äh, nein. Du schon? Echt? Ja, sicher. Also das war früher so, bei uns in der Stadt, also ich habe ein Fitnessstudio ganz in Nähe, da wo man sowieso auch so fortgeht. Dann kamen wir so auf die gleiche Idee, hey, wie viel durchsteigst du beim Bankdrücken oder Weißt du, was ich meine so? Der Moment, wenn dann jeder so ein bisschen vertrunken ist und dann so dieses Kräftemessen anfängt so in der Pubertät und dann, ja, hey, eigentlich, ich habe einen Gymschlüssel hier. Da sind wir schon gegangen und haben dann, ja, wie die Idioten, eine gute Trainingssession rausgeballert. Jetzt die Frage, ob das eine gute war. Also in dem Moment war es definitiv eine gute. Die Technik war vielleicht nicht die beste. Die beste. Also ich glaube, nicht zu empfehlen. Ja. Dann war es das jetzt, oder? Ich würde sagen, das war es jetzt. Ja. Ich muss sagen, ich habe echt ziemlich kreative und lustige Fragen am Start gehabt. Definitiv. Und vor allem, es kam einiges auf, was ich gar nicht wusste von dir. Ja. War halt sehr persönlich. Ja, umgekehrt. Ich wusste einiges von dir noch nicht. Vor allem, es war irgendwie, war ich die ganze Zeit, ich war immer die, ich war immer der Schlechte. Ich bin ja definitiv ins schlechte Licht gerückt worden und du ins Gute. Ja, du bist halt ein bisschen so ein Bad Boy. Bad Boy. War ich vielleicht mal, aber die Zeiten sind schon längst vorbei. Bin schon alt jetzt. Stimmt. Ich bin noch jung. Frisch. Knackig. Nur nicht alt und verbraucht. Und runzlig. Spaß. Jetzt ist aber genug hier. Also das war es mit dem Video. Ihr könnt jetzt gerne ein... Ohhhh. Ja klar, Sicker. Wer hat das noch nie gemacht von euch? So im Kino so. Der Sitzack ist echt so gemütlich. Ja, ich sitze schon so tief. Aber du singst echt immer tiefer. Ich sing immer tiefer und tiefer. Ich sitze so gemütlich hier im Sitzack. Das war ein richtig gutes Geschenk. Mhm. Wir hoffen jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Das gerne ein Like da, wenn das so ist. Und natürlich auch gerne ein Abo und... Das war's. Wir sehen beim nächsten Video wieder. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Peace.